Zwei Embryos, Zwillinge, unterhalten sich im Bauch der Mama. Der eine Embryo ist gläubig, der andere ungläubig. Hör mal, fragt der Gläubige seinen ungläubigen Bruder, was denkst du, gibt es ein Leben nach der Geburt? Nö, bestimmt nicht, antwortet der. Von nach der Geburt ist ja noch keiner wiedergekommen. Naja, stimmt, sagt der Gläubige, aber man hört so interessante Sachen vom Leben nach der Geburt. Zum Beispiel sagt man, dann könnte man mit Messer und Gabel an einem Tisch sitzend essen. So ein Quatsch, sagt der Ungläubige. Was will ich mit Messern und Gabeln? Ich habe eine Nabelschnur. Okay, sagt der Gläubige, aber weißt du, was das Beste ist? Nach der Geburt können wir Mama sehen. Was denn für eine Mama? fragt der Ungläubige. Na, in der wir drin sind. Wir sind doch jetzt im Bauch von der Mama. Und wenn es keine Mama gäbe, gäbe es uns ja auch nicht. Das Problem ist nur, wir können die Mama nicht sehen. Aber das Gute, nach unserer Geburt können wir Mama ins Gesicht schauen. Du bist ein Spinner, sagt der Ungläubige. Ich habe noch nie eine Mama gesehen. Und es gibt wahrscheinlich auch überhaupt keine Mama. Diese nette, erfundene Geschichte tröstet mich immer, wenn ich ans Sterben denke. Sterben ist wie geboren werden. Und nach meinem Sterben kann ich Gott sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Wahrscheinlich warst du auch gestern oder heute auf dem Friedhof und hast noch einmal an liebe Angehörige gedacht, die schon gestorben sind. Dass diese Menschen jetzt bei Gott grenzenlos glücklich sind, darum bete ich heute am Fest aller Seelen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.